und und erhält es gibt so ein bisschen der Eingang oder E und ich kann nicht werden ich kann nicht lernen ich bin ganz langsam ich habe einen tollen Jahr ich hab nur ein ja wir beide ich bin nur mein Leben ich konnte um ein Leben komm humpel um dein Leben nein sie ist tot ich rette dich gleich jetzt kriege ich einen Niesanfall und wieso bin ich dauernd ja klasse ich hab genießt und bin dauernd das gibt's doch nicht wegen einem Zombie und Moped ist wie immer der Einzige der noch steht und der macht das den Tank alle 59 46 43 mein Baumhaus da auf der Straße vorne schaffst du eh nicht mehr das schaffst du nicht mehr ich bin eben recht tot ich hör schon die Todesmusik alle wollen mich in hier lassen nein nein oh nein oh mein Gott nein oh man ich verrege und dann sehe ich Alice da stehen das gibt's doch nicht ein Drehvibrator oder was weiß ich oh knapp der liegt bei meiner Leiche der liegt bei meiner Leiche der der Defibrator genau nein oh nee ich hab langsam keinen Bock mehr ey äh so jetzt muss ich meins noch nehmen abendspringen Moped Moped äh uncool die kriegt dich die krieg dich du bist tot man die könnt ich vorher noch down schießen dann überlebst du vielleicht Ich würde sagen, wir töten erst mal die ganzen Astfinger. Die Zombies lenken. Wieso ich? Wieso ich? Wieso ich? Wieso ich? Immer die Jockeys und immer auf mich? Das gibt's doch nicht. Ich steck fest, ich steck hier fest. Ich steck fest. Ich komme hier nicht weg. Mich hat's voll geclinched. Was? Was? Was geht ab? Was ist los? Mich hat's voll abgeclinched. Was war das? Ich hab's irgendwie an der Leiter festgesteckt und konnte nicht weg. Konnte mich nicht bewegen. Gar nichts. Mein Gott. Ja. Jetzt zeige ich euch meinen Bug. Schöner Bug. Schöner Bug. Mir vor die Fresse. Das ist dein Gehirn Bug. Das ist dein Gehirn Bug. Schöner Bug. Ja, aber wir müssen alle runter gehen. Der Coach und den Haul haben auch geschehen. Aua. Aua. Oh, Coach. Ah. Hilfe. Aua. Aua. Super. Oh, ja. Oh, ja. Oh mein Gott, ey. Sind wir wirklich so schlecht? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Die Anfangssequenz von dem Level ist schon cool, wenn Zoe da am Anfang... Maa. Oh, che. Das ist mein Katana. Das ist Zoe. Die darf das. Zoe darf das. Weil die Anfangssequenz mit Zoe am Anfang ist schon cool irgendwie. Ja, ja, ja. Stell dir mal vor wie das ist so ein Zombie zu sein, ne? Ich mein... Danke. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Kettensäge. Äh, danke. Ja, ja, ja. Behauptung. Nicht mit der Kettensäge, das geht nicht. Das... Ja, renn doch nicht zur Bitch. Wieso... Jetzt geht's auf dich, du... Die geht jetzt auf dich. Scheiße. Ja, weil ich da nicht bin. Okay. Ach, komm mal auf Nächster. Jetzt können wir vergessen auf Nächster. Nein, wir haben hier nicht reingekommen. Komm mal. Ey, ey. Ja, du hast... Was war los? Du hast die Witch... Du bist voll in die Witch reingelaufen. Wo kam der jetzt? Was? Der kam von der Decke. Boah. Der dumme Char-Chan ist irgendwie aus der Decke rausgefallen oder so was. Nein. Ich warte nur auf den Weg, wo du da bist. Nein. Ah, Scheiße. Ich hab viele Leute dabei zu. Ich versteck doch irgendwo irgendwo hinter mir auch nicht. Ah. Und... Boah. 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 Spitter, Spitter steht ein, da ist ein Tank, da ist ein Tank, viel Spaß mit dem. Hinter dem Karussell steht ein Tank rum. Der verreckt doch sowieso, glaube ich, vorher. Hier, bei dem Karussell steht ein Tank rum. Aus der Söhne. Ja, Tank, ich platz ihn mal, ich platz ihn mal genau in die Presse rein beim Tank. Ja, ich auch. Da steht ein Spitter und ein Tank. Er kommt, er wirft Steine. Lauf einfach. Und was macht denn der Tank? Der braucht ja Stunden, bis er da ist. Was ist das machen, den Safen? Jetzt schlägt er die Mülltonne weg. Ich wette doch um 50 Euro, der Tritt ist jetzt gleich ein. Das kannst du um 5000 Euro wetten. Nein. Ich brauche hier. Ach du, jetzt verreckt er so direkt vor der Tür. Dann lache ich mir den Arsch. Der kommt. Und. Und. Bannung. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Die Safen-Tür vom Start-Safen kann er immer eintreten. Das ist normal, ist schon immer so. Zonderes. Oh ne, was kommt denn da? So ein fettes Geschwass, ey. Ha ha ha. 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 Weißt du wie geil das aussah. Ha ha ha. Lef von der, die Größe lassen wir heute nicht kennen. Weiß wie geil das aussah. Du kommst um die Ecke an, dir klebt die ganze Horde. Ha 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 ha. ich habe mich an die Strasse und reißen wie geiler was er war er ist ein Teil wir wollen das kann ich gar nicht haben was 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 wir ich kann um ein Leben Ja, ich renne einfach um mein Leben. Nein, Smokeharten nicht draußen. Ja, Moped, Moped, danke. Äh, Luki, sorry. Wir haben nichts zum Abfackeln. Doch, da in dem Haus war ein Molotov. Scheiß drauf. Ah, nein, 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 nein. Aimwatch, nein, aimwatch, nein. Ah, fuck. Mann, ja, komm. Willst du mich verarschen? Soll ich jetzt hin? Soll ich jetzt Ratzweg zurückwenden? Äh, nee. Versuch, warum ich rum und dann geht es um Zeit, wenn ich schaffe. Ah, nein, ich habe den Sprung nicht geschafft. Scheiße. Ah. Auf die Tür zu? Ich habe die Tür zu gemacht. Nein, jetzt erwischt er mich mit dem Stein. Ah, das gibt es auch nicht. Macht tot, macht tot. Hey Gott, nein. Ich bin jetzt zurück zum Start. Oh my God. Was, hä? Also meine Tankmucke ist weg. Meine Tankmucke ist jetzt weg, aber ich kann noch bepennen. Da war der Topf. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ja, ja. Aber damit kommen wir jetzt, kommen wir jetzt. Er ist da. Ein Dorf, nein. Naja, die Rischkommel ist doch nicht gut. Er schmeißt Autos. Was für eine Rischkommel? Was war los? Was? 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 Was ist das für ein Cheater, Mann? Ich bin schon mal da, woher. Das gibt es doch nicht. Oh, come on, hey, come on. Weißt du, was ich mich frage? Wenn er den Kanister einfühlt, ja? Wo, wo, was passiert mit dem Kanister? Ist der dann auch im Tank drin, oder was? Weißt, der Kanister verschwindet einfach. Das Benzin ist drin, ja, okay. Aber was passiert mit dem Kanister? Mann. Der ist auch im Tank drin, ja? Der stopft ihn mit durch das kleine Loch, stopft er den ganzen Kanister rein. Hier liegen Pipes. Was ist los? Habe ich was lustiges gesagt? Das ist ein Mario. Das ist ein Mario. Entschuldigung, ich hab' da. Ja, du hast mich. Selbst genutzt. Selfnatzt. Selfnatzt, aber überkehrt. Check it, hast du gerade einen Lachernfall oder so was? Oder hört sie sich nur so anwengt an dem Mikrofon? Was ist los? Wieso lachst du so, Jacket? Das macht ja was nicht. Du bist gerade direkt in mein Sperrfeuer reingerannt. Jacket, was ist mit dir los? Ah, der Clown, der gruppiert gerade ein bisschen. Wo ist der überhaupt? Der haut der Hund in der Ecke und kickelt sich einen ab. Ah ey, dein Clown steckt ein ganzes Magazin von meiner M16 ein und rennt immer noch auf mich los. Oh nein! Warum war ich wieder ein Boomer? Oh, mach doch jetzt die Zockies weg! Ja, ich bin angekotzt. Ich bin angekotzt, deswegen. Jetzt versuchst du an mich zu retten, wenn du angekotzt bist, Jacket. Das ist wieder typisch Luki. Jetzt bin ich schwarz-weiß. Wieso schießt du mich ab? Wieso schießt du mich ab? Ich wollte den Zombie haben, dieses Abflug nochmal. Ja, wenn ich dazwischen stehe, dann solltest du nicht schießen. Weißt du, ich stehe auf, will das Zombie wegschlagen und auf einmal tot. Hat du mir eiskalt in den Rücken geschossen? Du kannst mir nicht sagen, dass das ein Versehen war. Ja, Epic Fail, genau. Ja, nicht. Ja, nicht. Du bist ja im Fall. WTF? WOOOOO! 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 Vielen Dank.